Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 52. Und heute, ja heute sprechen wir mal, ne Moment, wisst ihr worüber ich schon lange nicht mehr gesprochen habe? Das fällt mir jetzt in letzter Zeit auf. Ich habe die letzten Podcasts nicht über das Wetter gesprochen. Das ist ja, das geht, also das, ja gut, klar, also das müssen wir jetzt natürlich nachholen. Ich meine, was ist das denn für ein Wetter? Was ist das denn bitte für ein Winter hier? Jetzt hatten wir drei Tage, vier Tage Schnee insgesamt in diesem Winter seit Dezember. Und jetzt, naja, jetzt ist hier schon wieder so eine Flaute. Also jetzt warte ich schon wieder auf den nächsten Schnee, wobei man muss natürlich dazu sagen, dass so ein bisschen eine trockene Periode im Winter für Bergsport natürlich auch ein paar Vorteile hat. Ich meine, klar, Skitouren gehen natürlich nicht so schön, aber zumindest das Eisklettern, das profitiert natürlich voll davon, wenn man sich nicht erst mal durch einen halben Meter Pulverschnee wühlen muss, bis man überhaupt sein Eis gefunden hat. Insofern, naja, man kann sich eigentlich, eigentlich kann man sich immer beklagen oder man kann sich nie beklagen, je nachdem, was für einer Philosophie man frönt. Aber gut, jedenfalls, es ist wahnsinnig trocken und ich finde, die Skitouren, die sind mittlerweile nicht mehr schön zu fahren und deswegen bestelle ich an dieser Stelle einmal bitte etwas Neuschnee, aber bitte nicht zu viel und er soll sich bitte gut setzen, damit wir nicht wieder so Lawinenprobleme haben, wie wir das ja schon mal dieses Jahr hatten. Auch der Wind, der kann ruhig etwas dezenter kommen, damit wir keine Triebschnee-Probleme haben und es darf danach ruhig mal ein bisschen kalt sein. Das heißt, das wäre super, wenn wir das so einrichten können. Also, falls jemand jemanden kennt, der da an den Hebeln der Macht sitzt, bitteschön einmal weiterleiten, weil ich persönlich kenne da halt leider keinen. Naja, wie auch immer. Sprechen wir doch heute mal über ein kleines Nischenthema, worüber ich mir in letzter Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht habe, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, weil, ich weiß auch nicht, irgendwie, gerade bei Skitouren merkt man das einfach, wenn man so an ganz vielen Leuten vorbeigeht, ganz viele Leute an einem vorbeigehen und so weiter. Das ist ja doch ein Sport, der sich deutlich mehr auf einzelne Gebiete begrenzt, als beispielsweise das Wandern, weil wir haben beim Wandern ja tausende Wege, wenn nicht zehntausende Wege in den Ostalpen. Aber bei Skitouren, naja, da gibt es halt so eine typische Aufstiegsroute und eine typische Abfahrtsroute und dann ist das Ganze natürlich schon deutlich, deutlich eingeschränkter, deshalb sieht man da einfach auch viel mehr Leute im Winter, obwohl es weniger Leute gibt, die diesen Wintersport betreiben. Naja, fast schon paradox. Aber, was mir dabei eben auffällt, ist ja, mit was für toller Ausrüstung die Leute immer unterwegs sind. Also ich finde das ja wirklich großartig, da laufen Leute rum mit einem Scarpa Alien für 700, 800 Euro. Dann haben sie natürlich drunter noch ein Dynafit Ultralight Ski für 500, 600 Euro. Ohne Bindung natürlich, Ultralight Bindung für 400 Euro noch hinten nach. Einen Ottovox Skitourenrucksack, natürlich mit Airbag-Systemen, auch wenn er eine Pistentour macht, ist egal. Jedenfalls da legt er nochmal 800, 900 Euro ab. Dann hat er natürlich noch alles in superleichten, superleichten Skihelmen. Natürlich die komplette Ottovox-Ausstattung. Alternativ für die andere Religionen natürlich die komplette Mammut-Ausstattung, also eine Mammut-Nordwand-Serie oder eben Ottovox. Ich glaube, wie heißt denn die jetzt aktuell? Ortla? Ich glaube, sie heißt Ortla. Diese ganze Kombination darunter. Jedenfalls, das ist Wahnsinn, also wie die Leute aussehen. Das ist wirklich toll, großartig. Sie leuchten in allen Farben des Regenbogens. Also muss ich schon sagen, bin ich schon auch etwas irgendwie neidisch, weil, ja, ich trage halt immer blau. Also, ich weiß nicht, warum ich immer blau trage. Ich habe überhaupt keinen Farbfable oder sowas. Ich trage einfach blau. Also, das gibt es halt zu kaufen. Heute war ich unterwegs mit einer von Simon, mit der Cascade. Die gibt es halt nur in blau. Dementsprechend ist es halt blau. Meine Jacke, die habe ich mir damals in blau gekauft, weil die gab es auch nur in blau. Und dementsprechend habe ich halt jetzt ein komplett blaues Outfit. Meine Jacke drunter, meine Fleece-Jacke drunter, die ist halt auch blau. Naja, also bei mir ist es halt leider farblich zwar gut abgestimmt, aber eben ich kann nicht damit prahlen, dass ich hier den Regenbogen repräsentieren kann, den wir ja im Winter so gern mal sehen würden. Naja, aber man muss dazu sagen, was mich in erster Linie bei diesen Dingen ja so interessiert, ist ja gar nicht so, wie sie aussehen oder von welcher Marke sie sind, sondern wie teuer das eigentlich alles ist. Und keine Sorge, ich möchte überhaupt nicht darüber reden, was das Marken zu teuer sind und dass es natürlich hier extreme Konsumentenverarschungen gibt, weil die Dinger in der Herstellung halt einfach nur ein Viertel oder ein Sechstel kosten und der Rest ist einfach Marketingkosten und Marge und in erster Linie Gewinn und vor allen Dingen Profit für den CEO oder für den Geschäftsführer etc. Also darauf möchte ich heute überhaupt nicht eingehen. Es geht mir eigentlich um einen ganz anderen Aspekt. Wie viel Bergsport eigentlich kostet und was für eine Klientel Bergsport eigentlich anzieht und mit was für super konträren Ansätzen manche Leute unterwegs sind, die ich teilweise sehr faszinierend finde, teilweise vielleicht auch schon irgendwo bedenklich, aber darüber reden wir gleich noch. Grundsätzlich finde ich nämlich, dass Bergsport ja eigentlich sehr günstig sein könnte. Man zieht sich Schuhe an, man zieht sich Hose an und früher war ja Bergsport ja auch tatsächlich wirklich günstig beziehungsweise, ich sag jetzt mal, erschwinglich. Gerade die einfacheren Sachen wie Wandern gehen etc. Das war ja wirklich schnell gemacht. Also du hast die Wanderschuhe waren schon nicht schlecht, aber im Prinzip hast du früher halt auch die Jeans getragen oder davor eben die Lodenkleidung. Also wenn wir jetzt ganz weit in die Vergangenheit schauen würden. Aber im Prinzip hattest du alles zu Hause. Ich meine, du hast halt deine Alltagskleidung angezogen und die hast du halt dann waschen müssen, damit du sie am nächsten Tag wieder in die Arbeit anziehen konntest. Also das alles war ja wahnsinnig nah an der gesellschaftlichen Mittelschicht, vielleicht auch an der gesellschaftlichen schwächeren Schicht orientiert. Insofern, das war überhaupt kein Sport für Reiche. Das alles hat sich aber irgendwie verändert. Und auch die Klientel für den Bergsport hat sich wahnsinnig verändert. Also wenn man schaut, heute sitzen auf Berghütten natürlich Leute, die im Zweibettzimmer schlafen, selbstverständlich Halbpension, natürlich. Und die wollen natürlich auch auf der Diavouletza ihren Rotwein genießen und im Doppelbett und so weiter. Also die wollen natürlich auch die Sauna genießen, selbstverständlich. Und den Outdoor-Worldpool natürlich auch. Und das alles kostet extra, aber das macht natürlich nichts. Und das hat überhaupt nichts mit Reichenbashing zu tun, sondern es ist einfach eine interessante Beobachtung, wie sich das verändert hat. Und ich kritisiere ja manchmal auch in den Livestreams und auch privat, wenn man mit mir so redet, ja sehr, sehr gerne diesen Auftritt der Gastronomen, der Hotellerie und so weiter in den Bergen, was die da teilweise aufführen auf der Diavouletza, was da für Faxen gemacht werden, nur um irgendwie die reichste Klientel hochzuholen, damit man auch wirklich die 250 Franken die Nacht verlangen kann und so weiter. Wobei das ja noch gar nicht der Gipfel der Dreistigkeit ist. Den Gipfel der Dreistigkeit, den kriegt man dann natürlich auf der Hörnli-Hütte, wo man denselben Preis bezahlt dafür, dass man dann eben scheiße schläft und nicht so vornehm wie auf der Diavouletza. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls finde ich es deshalb sehr spannend, weil die Industrie passt sich da natürlich komplett drauf an. Also müssen wir natürlich davon ausgehen, dass es sich erstmals um das Interesse der Klientel gehandelt hat, in diese Berge zu gehen, weil sonst wäre dieser Drang, dem Interesse zu dienen, gar nicht vorhanden. Also die Industrie würde ja nichts tun, wovon sie nicht weiß, dass eine gewisse Nachfrage besteht. Und das manifestiert sich natürlich dann perfekt in eben diesen wahnsinnig luxuriösen Hütten, aber vielleicht auch Hotels und so weiter. Wo fällt mir das sehr konkret auf? Sehr konkret fällt mir das nämlich auf, wenn man sich so umsieht auf Parkplätzen. Die Leute reisen heute nicht mehr irgendwie so mit einem alten Golf an oder so, mit einem Dreier-Golf, sondern die kommen natürlich in einem Audi Q7 und in einem X6 und so weiter. Natürlich mit dem Dachträger, da sind die Turnschi drin, also das ist ja überhaupt kein Thema und gerade, dass sie nicht einen Anhänger haben für ihre Schuhe, weil sonst könnten sie ja noch die Inneneinrichtung irgendwie dreckig machen und so weiter. Also es ist schon wahnsinnig amüsant, das zu beobachten und das wäre jetzt natürlich nicht absolut spannend, wenn man das einmal sehen würde oder sowas, sondern man sieht manchmal auf so Tourengeher-Parkplätzen ja wirklich diese Schar an Leuten und ich frage mich dann immer, warum, was zieht die Leute denn wirklich in diese Sportart? Und da fiel mir neulich ein, dass jemand mal gesagt hat zu mir, das Bergsteigen und das Wandern und das in der Natur und das Naturerlebnis, was auch immer eine Pistenskitür mit Naturerlebnis zu tun hat, egal, das alles entspannt so extrem aus diesem stressigen Arbeitsalltag und so weiter und so fort und ich frage mich dann immer, was da dahinter steckt, ob die Leute viel Geld brauchen und dementsprechend das dann ausgeben, für diese Kleidung und für diese Ausrüstung, weil die Ausrüstung, Touren-Ski-Ausrüstung, seien wir uns ehrlich, das kostet ein Vermögen heute, also unter 1500 Euro gehst du nicht nach Hause und da hast du noch nicht mal Stöcke oder ein LVS-Gerät oder sonst was, sondern da hast du erst mal Schuhe, Ski und Bindung und da bist du fertig und hast deine 1500 Euro abgegeben. Aber das war ja für mich immer der spannende Ansatz von diesen Sportarten, dass sie ja relativ günstig waren und damit auch eigentlich alle ansprechen konnten, weil sie für alle erschwinglich waren. Das war dann irgendwie so eine gesellschaftliche Durchmischung auch, also die Menschen, die einfachen Leute und die etwas Vornehmeren und die Wohlhabenderen und so weiter, die haben sich alle am Berg getroffen und die mussten alle mehr oder weniger gut oder schlecht miteinander umgehen, um zurecht zu kommen und so weiter. Heute hat sich das aber irgendwie verlagert. Wenn wir Touren-Ski, wenn wir Skitouren gehen wollen, dann müssen wir natürlich sehr, sehr viel Geld hinlegen. Sehr viel Geld, das sich viele Leute vielleicht nicht leisten können, aber vielleicht auch nicht leisten wollen. Also haben wir einen sehr privilegierten Sport daraus gemacht. Und früher, da war das ja ironischerweise auch noch deshalb anders, weil sich sehr viele Leute ihre Ausrüstung auch irgendwo selber zusammengeschustert haben. Ich möchte an dieser Stelle auf einen unfassbar lustigen und tollen, wirklich tollen YouTube-Kanal verweisen von Christoph Klein. Und Christoph Klein hat mich dazu inspiriert, darüber nachzudenken, wie Ausrüstung eigentlich funktioniert, wie haltbar Ausrüstung eigentlich ist und vor allen Dingen, wie Understatement eigentlich richtig geht. Die Leute, die heute mit Touren-Ski die Piste hoch juckeln, die haben dafür für ihre Ausrüstung 2.000, 3.000, 4.000 Euro ausgegeben über die Zeit und gehen aber eine Piste hoch und fahren die Piste wieder runter. Der technische Anspruch ist nicht sehr hoch und das ist ja auch nicht schlimm, aber was man dafür bezahlt hat, im Vergleich dazu, was man sozusagen an Zeit investiert hat, um das zu lernen, um sich damit auseinanderzusetzen, um sich vielleicht auch mal mit einem Berg per se zu beschäftigen etc., da stehen in keinem Verhältnis mehr. Also die Leute geben 4.000 Euro aus, aber beschäftigen sich mit ihrem Vorhaben vielleicht maximal 4 Minuten. Aber umgekehrt ist es bei Christoph Klein, bei diesem tollen YouTuber. Der macht Bergfilme und der zeigt immer wieder so, wie er halt auch selber geht und unterwegs ist und so weiter. Und der ist mit Ausrüstung unterwegs, die man so in die Nullerjahre legen könnte, also vom Verkaufsdatum her, vielleicht auch teilweise 90er Jahre. Das ist schon wahnsinnig unterhaltsam, denn der macht wiederum Touren, die wahnsinnig anspruchsvoll sind, die teilweise wirklich, wirklich spannend sind. Keine Normalwege, keine langweiligen Wald- und Wiesenwanderungen, nein, sondern wirklich immer, jedes Video beinhaltet irgendwie ein spannendes Projekt und ich bin mir sicher, er macht auch normalere, oder es ist normalere, aber etwas sanftere Dinge, aber gerade diese spannenderen Projekte, die verfilmt er eben sehr gerne und er macht das auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise und wird da meiner Meinung nach sehr unterschätzt in seinem Können. Aber das alles zeigt, der gibt 4 Euro quasi für seine Ausrüstung aus und beschäftigt sich aber 4000 Stunden wahrscheinlich mit seinen Vorhaben. Diese Relation, also diesen wahnsinnig intensiven Kontrast, den finde ich sehr, sehr spannend, den finde ich sehr lustig und da müsste man mal darüber nachdenken, warum eigentlich heute Menschen glauben, dass sie sich Zeit erkaufen können, denn das funktioniert im Bergsport nicht und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns, wenn wir mit unserem verwöhnten Arsch ins Warmen, im Warmen in die Skigebiete fahren, aber auch einfach so zum Bergsteigen irgendwo hinfahren im Sommer, dass wir uns mal wirklich bewusst werden, dass man sich Erfahrung, Leistung und auch Können nicht kaufen kann. Man kann es sich nicht kaufen, man kann sich einen Bergführer kaufen, ja, also man kann sich wahrscheinlich in der Schweiz einen ganzen Bergführer insgesamt kaufen, aber ich glaube, also nicht die Ausbildung, sondern einen Menschen, der Bergführer für einen so einen Privatbergführer, ich kann mir das super vorstellen, dass das auch geht und dass das möglich ist, aber mein Gedanke dazu war vielmehr, wir geben unfassbar viel Geld aus und sammeln überhaupt keine Erfahrungen mehr und mit wir meine ich jetzt nicht mich und meine Partnerin oder mich und meinen Nachbarn, sondern mit mir meine ich jetzt in erster Linie so gesamtgesellschaftlich betrachtet, wir geben sehr viel Geld aus, um irgendetwas zu kompensieren und gerade im Bergsport kompensieren wir ja oder versuchen zu kompensieren diesen Leistungsaspekt, diesen Fähigkeitsaspekt. Wir glauben, wenn wir uns ein Eisgerät kaufen, dann kommen wir viel leichter auf den Ortler, als wenn wir uns einen ganz normalen Pickel kaufen und das ist genau das, wo ich glaube, dass es erstens mal sehr industriegesteuert ist, also ich glaube, dass dieser Teufel tatsächlich der Industrie entspringt, aber ich glaube auch, dass es daran liegt, dass wir wissen, okay, wir haben vier Wochen, fünf Wochen Urlaub, die müssen wir uns irgendwie einteilen und wir dürfen natürlich, also maximale Effizienz, selbstverständlich, wenn wir schon maximal effizient im Job sein müssen, dann müssen wir selbstverständlich auch maximal effizient beim Urlaub sein und da kann man sich keine Fehler erlauben, also deswegen wird einfach das Teuerste gekauft und mein persönlich absurdestes Erlebnis diesbezüglich, das war vor vier Jahren, ich glaube vor vier, vor drei oder vier Jahren auf dem Dachstein und das ist ein Berg in Oberösterreich, an der Grenze zwischen Steiermark und Oberösterreich und das war so absurd, denn auf der Hütte unten an der Talstation der Bahn, da ist eine kleine Hütte, so ein Restaurant und da war eine Gruppe von zwei Leuten und die kamen für einen Hochtourenkurs, also da hat halt der Bergführer gewartet und die zwei kamen halt dann an und er kam mit dem Laptop, also wirklich, mit dem Laptop rein und hat da quasi noch E-Mails geschrieben und so weiter und der hat halt sozusagen noch weitergearbeitet, bis endlich dieser scheiß Hochtourenkurs ja losgeht, weil der ist ja eh nur, ja, ne, also damit man irgendwie die Frau beschäftigen kann, so nach dem Motto, weil eigentlich geht es um Arbeit, also so hatte der halt seinen Laptop in der Hand und hat daran gearbeitet und ich fand das so bezeichnend, denn sie beide waren ausgestattet in voller Mammut-Nordwand-Montur, also von oben bis unten, sie waren natürlich mit einem Petzl-Shiroko-Helm ausgerüstet, selbstverständlich, also sie waren entweder überall das leichteste oder eben überall das teuerste und man hat ihnen angemerkt, sie haben sich halt dann mit dem Bergführer so unterhalten und man hat ihnen eben angemerkt, sie haben ja gar keine Ahnung, was sie da gekauft haben, also sie gingen einfach ins Geschäft und haben gesagt, ich möchte überall das leichteste und überall das teuerste, weil der Umkehrschluss ist ja, alles was nicht das teuerste ist, ist definitiv nicht das beste und alles was nicht das leichteste ist, ist, naja, no shit Sherlock, nicht das leichteste und das alles ist ja wahnsinnig auf Effizienz getrimmt und dementsprechend, weil Urlaub auch auf Effizienz getrimmt ist, macht das ja auch nur am meisten Sinn und so ergibt sich dann eben, dass die da stehen, beide in der gleichen Kleidung, einmal in der Version für sie und einmal in der Version für ihn in voller Mammutmontur mit einem Petzl-Chirocco-Helm mit einem Eisgerät, what the fuck, und mit einem Petzl-Fly als Gurt, der natürlich, mit dem sie natürlich überfordert waren, weil sie haben den bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht, aber noch kein einziges Mal angelegt gehabt, sie wussten nicht, wie sie reinkommen und so weiter, sie hatten sich Karabiner gekauft und Eisschrauben, überall natürlich die Laserlight von Petzl und die Ultralight HMS-Schraube von Petzl und so weiter, also die haben sich Steigeisen gekauft, die Iris von Petzl, diese wahnsinnig leichten, mit einem Alu hinten und Stahl vorne, mit einer Rebschnur-Konstruktion, aber nachdem das ein Hochtourenkurs zumindest war, glaube ich, war das ja natürlich unfassbar absurd, denn das waren spezielle Steigeisen, mit denen man umgehen können muss und so weiter und die hatten in ihrem Leben noch nie Steigeisen an den Füßen und das hatten wir ihnen eben auch angesehen, also sie haben das, sie haben sich dann mit dem Werkführer unterhalten und ein bisschen herumprobiert und letztlich kam dabei rum, ja sie können damit überhaupt nicht umgehen und sie wissen nicht, was sie jetzt tun müssen und so weiter, also es war eine wahnsinnig traurige Situation, man muss gar nicht peinlich sagen, man muss auch überhaupt nicht drüber lachen oder man kann auch überhaupt nicht drüber lachen, sondern es war einfach wahnsinnig traurig, weil diese Leute haben zu zweit, ich meine, ich bin mir sicher, so wie die aufgetreten sind, haben die das Geld dafür gehabt, das war denen egal, denen fiel das wahrscheinlich gar nicht auf, dass die das alles gekauft haben, aber die haben halt 5.000, 6.000 Euro insgesamt wahrscheinlich zusammen ausgegeben, nur für ihre Hochtourenausrüstung und da stelle ich mir ja selber schon die Frage, was jetzt der tatsächliche Mehrwert ist, wenn man so viel Geld dafür ausgibt, dass man eine erste Erfahrung, in einem Sport machen kann. Das wäre ja das Pendant dazu, dass wenn ich jetzt den Führerschein mache, dass ich mir als erstes Auto einen Bugatti kaufe, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir etwas Langsameres kaufe, weil das ist ja langsamer, hat es schlechtere Beschleunigungen und ist auch nicht so windschnittig, also warum sollte ich mir überhaupt einen Mercedes oder einen VW oder einen Dacia kaufen, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich die Kohle eh habe, dann ist ja egal. Aber dass man in Wirklichkeit, wenn man gerade den Führerschein gemacht hat, trotzdem mal ein Auto fahren sollte, das vielleicht nicht mit phantastiliaden PS ausgestattet ist, das ist aber Fakt und das sollte der gesunde Menschenverstand einem eigentlich auch erzählen, dass das einfach keine geniale Idee ist, sich so zu verhalten, wenn man irgendwo neu einsteigt, weil es einem einfach in der Regel mehr schadet als nutzt und ich frage mich, woher wir diese Angewohnheit haben. Aus der IT beispielsweise oder aus der Informatik eben ganz grundsätzlich, da kann ich ja auch zumindest ein wenig mitreden und muss sagen, natürlich macht es Sinn, wenn du einen schnellen Laptop hast oder einen schnellen Computer mit schnellen Komponenten, mit sehr, sehr leistungsstarken Komponenten, weil du dann eben nicht so lange auf Anwendungen warten musst, weil du eben nicht so lange darauf warten musst, dass dein Betriebssystem lädt, dass Videos gerendert werden, dass Fotos gerendert werden, dass Spiele vernünftig und flüssig laufen und so weiter. Das alles macht Sinn. Also es tut überhaupt nicht weh, wenn dein PC nur Word braucht, aber du trotzdem 6.000 Euro für die Komponenten bezahlt hast. Jetzt mal überspitzt formuliert. Aber anders ist es ja eben bei dieser Bergsportausrüstung, wo wir ja wirklich sehr, sehr spezifische Ausrüstung haben, die sehr teuer ist, weil sie eben so spezifisch ist, aber irgendwie das einfach übertragen wird. So nach dem Motto, weil es teuer ist, ist es das Beste, ist es das Richtige und so weiter und da werden keine Kompromisse gemacht. Aber in Wirklichkeit ist es doch ganz, ganz anders. In Wirklichkeit sollte man mit den einfachen Dingen zurechtkommen, weil man sonst mit den komplexen Gerätschaften ja überhaupt nicht umgehen kann. Und das hat mich so nachdenklich gemacht und das hat mich jetzt auch so ein bisschen wieder auf den Trichter gebracht, dass man eigentlich mit sehr, sehr wenig Ausrüstung oder zumindest mit sehr günstiger Ausrüstung ja schon sehr weit kommt. Und da möchte ich jetzt gar nicht so wieder groß Werbung für irgendwie Discounter oder sowas machen, sondern auf ein Grundprinzip hinweisen. Wenn man es in den 20er Jahren, also 2020 aufwärts schafft, mit Schuhen, mit Lederschuhen, die zweieinhalb Kilo haben, aus den Nullerjahren sind oder vielleicht sogar aus den 90er Jahren sind, Eisklettern zu gehen und schwierigste Wasserfälle und auch Mixed-Klettereien bis M8, M7 klettern zu können, dann ist es definitiv kein Hardware-Problem, wenn andere Leute das nicht können. Also ich glaube, dann liegt es ja eher an der Software, weil wenn er das kann mit seinen 20 Jahre alten Schuhen und mit seinen 20 Jahre alten Eisgeräten und seinem 20 Jahre alten Helm und seinem 20 Jahre alten Rucksack, dann wird es nicht besser dadurch, dass man ihm jetzt einen zwei Tage alten Rucksack und ein zwei Tage altes Eisgerät und so weiter umhängt. Er würde dadurch nicht besser werden. Aber diese Annahme, dass es so ist oder dass es so wäre, die ist irgendwie sehr, sehr festgefahren in den Köpfen vieler Leute, die neu in einen Sport einsteigen. Also nach dem Motto, weil ich das Geld habe, deswegen kaufe ich mir jetzt einfach alles Mögliche, was man sich leisten kann und was das Teuerste ist und dabei ist es aber im Bergsport eben oft so, dass das dann vielleicht gar keinen Sinn macht. Und die Spitze ist es natürlich dann, wenn man im Winter beispielsweise auf einer Pistenskitour jemanden mit den Scarpa, Alien, Ultralight, Dynafit Ski und so weiter sieht und dafür hat er dann 6.000 Euro ausgegeben. Dabei geht er einfach nur 600 Höhenmeter die Piste hoch und dann fährt er wieder runter und macht das gerade zum ersten Mal, was man ihm sehr offensichtlich ansehen kann. Und im Sommer ist es natürlich jene Menschen, die am Montblanc dann einfach mit einem Eisgerät oder im Idealfall natürlich mit zwei Eisgeräten auf dem Normalweg spazieren gehen. Wo man sich auch schon wieder fragen könnte, wer hat den denn beraten? Aber da frage ich mich eben auch, liegt das dann wirklich an den Leuten selber? Also sind die Leute wirklich so ignorant, dass sie ins Geschäft gehen und sagen, ich brauche das Teuerste und das Beste und ist mir egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ich will es einfach haben, weil das sieht professionell aus. Oder ist es wirklich der Verkäufer, der ihm einfach, der sich denkt, oh, das riecht nach Provision und dem drehen wir jetzt einfach alles an, was wir im Sortiment haben und am besten immer das Teuerste. Also das kann kein einfacher Pickel von Austria Alpine sein, sondern das muss natürlich ein Eisgerät von Grevelle oder von Petzl sein, ist doch selbstverständlich und so weiter. Also ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, aber mich würde das ja wahnsinnig interessieren und es ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Geschichte. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht schreibt ihr mir ja mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie solche absurden Situationen zustande kommen. Ich finde das jedenfalls ziemlich absurd. Und man sieht das leider immer bei Einsteigern in den Bergsport. Ich würde jetzt gar nicht sagen bei Jungen oder bei Alten, sondern die damals am Dachsteinen, die waren jedenfalls älter, also 42 plus. Das waren sicher keine super jungen Leute mehr. Und auch bei jungen Leuten sieht man sehr oft, dass sie einfach mit alter Ausrüstung von den Eltern oder so unterwegs sind, weil sie einfach Studenten sind und die finanziellen Mittel dafür nicht haben, aber trotzdem was unternehmen wollen. Insofern, auch hier gibt es dann wieder sehr, sehr, sehr kluge Geister. Aber deswegen, ich glaube, es ist eher ein Einsteigerproblem und vor allen Dingen ist es ein Problem von einfach viel zu viel Geld und viel zu wenig Ahnung. Aber damit schließt sich natürlich auch der Kreis wieder, weil, wie ich vorher schon sagte, wir haben diese unglaubliche Diskrepanz zwischen wahnsinnig unglaublichen finanziellen Möglichkeiten heute insgesamt gesellschaftlich betrachtet, gerade im Westen die Bergsteiger. Auf der anderen Seite haben wir aber diese unglaublich geringen zeitlichen Mittel, um die Dinge wirklich zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann steht halt zu Hause einfach, da stehen halt dann die super leichten Tourenski und fünf Eisgeräte, wofür auch immer und so weiter, weil die alten, weil die ersten Eisgeräte, naja, da ist die Hauer schon etwas stumpf und bevor man sie schleift, kauft man sich lieber ein neues Paar Eisgeräte und so weiter. Also ich glaube, ich glaube, das ist wahnsinnig absurd und ich finde das ein bisschen traurig, weil die Leute haben dann keine Zeit, sich mehr mit ihrer Ausrüstung auseinanderzusetzen und treiben dann halt einfach Blödsinn und das ist sehr, sehr schade. Also ich glaube, wir sollten uns wieder mehr auf die Softskills konzentrieren. Wir sollten uns wieder mehr darauf konzentrieren, dass wir sicher in den Bergen unterwegs sind und das kann man jedenfalls auch mit günstiger Ausrüstung. Also auch wenn da draußen jetzt jemand zuhört, der die Millionen am Konto hat, ich bin es ihm sofort vergönnt, auf jeden Fall, aber dann investiere doch die Millionen nicht in Bergsportausrüstung. Es gibt so viel Sinnvolleres, was man damit machen kann. Wenn du dir überlegst, dass die Differenz zwischen einer unfassbar teuren Bergsportausrüstung und einer normalen Bergsportausrüstung teilweise 1.000, 1.500, 2.000 Euro beträgt, ich spreche jetzt nur von der Differenz, da kann man einen schönen Urlaub dafür machen. Da kann man wirklich einen schönen Urlaub machen. Da kann man einfach mal alleine sehr, sehr schön im Fünf-Sterne-Hotel am Gardasee irgendwie Urlaub machen. Insofern, ich glaube, so sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Und wie gesagt, wenn jemand der Meinung ist, er muss sich das kaufen, ja, überhaupt kein Problem damit, wirklich. Aber trotzdem, lernen mit den Dingen umzugehen, wäre so wertvoll, um sicher unterwegs zu sein. Denn ich habe schon mal von einem Bergretter eine tolle Mail bekommen, die fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Da hat er mir geschrieben, manche Leute im Hochgebirge, die einen Rettungseinsatz auslösen, weil sie nicht mehr können oder sonst was, weil sie irgendwie sich nicht gut fühlen oder weil sie Angst haben und so weiter, die sind meistens unfassbar teuer ausgestattet. Also wirklich, wirklich brutalst ausgestattet. Und da ist sogar die Bergrettung neidisch auf das Equipment der Leute, die aber das erste oder das zweite Mal überhaupt unterwegs sind und sich eben glauben, aufgrund ihrer professionellen Ausrüstung und aufgrund ihres sehr arroganten professionellen Auftretens einfach selbstständig überall hinbegeben zu können und eh schon alles zu wissen und so weiter. Also ich finde das sehr, sehr gefährlich und ich hoffe, dass das keine Entwicklung ist, die einfach immer so weitergeht. Aber natürlich sehe ich da vollkommen die Schuld auch in der Industrie. Also selbstverständlich, wenn jemand die ganze Zeit mit Werbung zugeschissen wird, dass nur die Superlative, gerade so gut genug ist, dass man unterwegs sein kann, naja gut, irgendwann hat man es dann eben gefressen und gerade Leute, die sich einfach nicht eingehender mit dem Thema beschäftigt haben, die werden es am ehesten fressen, weil eben die Unwissenheit und die fehlende Erfahrung da ist. So gesehen kann man auch denen hier nichts vorwerfen, aber natürlich der Industrie, also es bräuchte eine ehrliche Industrie, es bräuchte unter Anführungszeichen eine ehrliche Konsumentenvertretung, die sagt, hey, ihr müsst das nicht so konsumieren und kaufen, wie man das euch sagt, dass man das tun muss und so weiter. Und es ist natürlich geplant, dass an manchen Skigebieten, wo man auch Skitouren gehen kann, die Verleihe nur mit Dynafit-Ausrüstung ausgestattet sind. Und das liegt nicht daran, weil das Skigebiet der Meinung ist, dass Dynafit eine tolle Marke ist, sondern das liegt ausschließlich daran, dass Dynafit gesagt hat, hey, wir mieten uns hier jetzt mal ein Häuschen bei euch und vermieten die ganze Ausrüstung und sichern uns damit bitte auch gleich mal ein Exklusivrecht. Also man darf sich da nicht so blenden lassen von Marken, man darf sich da auch nicht so blenden lassen von der Werbung und von der Industrie. Und ich habe hier gerade vor mir einen Prospekt von einem großen Online-Versandhändler und da sehe ich auf dem Cover von diesem Prospekt mit einem 10-Euro-Gutschein auch gleich natürlich eine Person mit einer wahnsinnig teuren Jacke an und so weiter. Man darf nicht vergessen, nichts davon ist zufällig gemacht, alles davon ist kalkuliert und man sollte sich dringend davon verabschieden, dass die Industrie einfach nur das Beste für einen will. Ich glaube, das ist gefährlich, das zu glauben und vor allen Dingen ist es in erster Linie sehr, sehr teuer. Und richtig ekelhaft wird es dann natürlich, wenn einem genau diese Marken dann einreden, dass wenn du dieses Produkt besitzt, dann kannst du auch damit umgehen. Nein, denn hier sprechen wir wieder von der Diskrepanz zwischen Fähigkeit und Besitz. Nur weil du etwas hast, heißt das nicht, dass du damit umgehen kannst. Nur weil du eine Eisschraube zu Hause hängen hast, heißt das nicht, dass du automatisch weißt, wie man damit umgeht und wie man damit sich vielleicht vernünftigen Stand bauen kann und so weiter. Also, ich bin jemand, der sagt, gebt nicht zu viel Geld für Ausbildung aus. Das ist jetzt vielleicht etwas widersprüchlich, aber Ausbildung ist unfassbar teuer und sie ist definitiv zu teuer, meiner Meinung nach, in vielen Gebieten, also in vielen Bereichen zum Beispiel. Es gibt Kurse, die sind eine komplette Vollverarschung, aber ich möchte trotzdem darauf hinaus, geht mehr in die Ausbildung, beschäftigt euch mehr mit der Thematik und beschäftigt euch mehr mit dem, mit dem tatsächlichen Umgang mit Produkten und Gerätschaften und so weiter, aber lasst lieber weniger Geld, also wiegt diese Differenz, dieses Minus, die ihr damit macht, mehr in Ausbildung zu investieren, einfach dadurch auf, indem ihr einfach Abstriche macht bei der Ausrüstung, einfach Abstriche macht beim Online-Shopping und so weiter. Ich kann das für manche Leute vielleicht auch nochmal etwas plakativer darstellen. Ihr habt, stellt euch vor, ihr habt ein 1.000 Euro Budget und ihr habt jetzt die Wahl, dass ihr euch einen 1.000 Euro Ski kauft und dann einfach nicht Ski fahren könnt, aber ihr habt halt einen teuren Ski und ihr guckt dann irgendwie die Piste runter und tut euch weh, verletzt euch und so weiter oder ihr kauft euch einen 800 Euro Ski und kauft euch oder macht, nehmt euch dafür dann nochmal für 200 Euro Skilehrerstunden, das ist ein ganzer Tag, immerhin voll, also es sind 4 Stunden, oder man sagt, ich gebe nur 500 Euro für meine Ski aus und habe dann zweieinhalb Tage beispielsweise einen Skilehrer für 500 Euro, dann kann ich wahrscheinlich mit meinem 500 Euro Ski nach zweieinhalb Tagen deutlich besser umgehen und bin deutlich entspannter und lustiger unterwegs auf der Piste, als wenn ich einen 1.000 Euro Ski habe und der ist definitiv der beste der Welt, da bin ich mir sicher, aber ich habe halt immer noch nicht Skifahren gelernt. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, es ist sehr runtergebrochen, aber ich glaube, es trifft das meine Kernaussage des heutigen Podcasts relativ gut. In diesem Sinne, ihr könnt mir wie immer gerne, 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 gerne eure Kommentare, eure Meinungen dazu an kontakt at alpenacademy.at schreiben, also per Mail oder eben auch über das Kontaktformular der Website oder eben auch in die YouTube-Kommentare, wie auch immer ihr wollt. Es freut mich immer sehr, ich lese immer alles und ich antworte auch immer gerne und ich gehe auch gerne im Podcast nochmal darauf ein, ihr könnt mir natürlich auch gerne Podcast-Ideen dazu unten reinschreiben, in die Kommentare, wie auch immer ihr wollt. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch eine wunderschöne nächste Woche und wir hören uns dann wieder am Sonntag oder wir sehen uns schon wieder am Dienstag. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheim!